So Leute, da bin ich wieder bei Enigmatis. Alter, ich hab den Namen vergessen wieder. So lange her. Enigmatis, genau. Der Nebel von Ravenwood. Ich werde versuchen, die Folge jetzt nicht lang zu machen. 20 Minuten ist schon viel, aber ich hab da keine Uhr eingeblendet. Was muss ich da jetzt machen? Warte mal, ich muss was anderes machen. Genau. Was braucht der überhaupt? Da geht's. Village after village fell victim to the wrath of Ezra und his dreadful minions. In fear of the hellish horde terrified and defenseless people prayed to God for help. And it came to pass that the Lord heard their call and sent down the mighty Archangel Raphael Okay. Letzte Münze. Letzte nicht. Als ich, der Rang aller Dämonen und der Schmerz der Schmerzen, wurde verletzt. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss ja arbeiten noch. Also ich muss jede Woche natürlich arbeiten gehen und habe Wochenende frei genommen. Und da ist man halt nicht immer so motiviert. Das ist halt im Normalen. So. Genau. Gut. Da fehlt aber trotzdem eins. Hm? Das ist blöd. So, jetzt habe ich das eingesetzt und ich habe da noch einen Korb. Ich habe kein Blumen auf. Wichtig. Ah, super. Also, boah. Ähm. Muss ich da... Ah. Webelbild. Bin ich richtig? Okay. Ähm. Da hat ein Schlüssel am Mund. Ist wieder ein Schlüssel. Ich glaube, wir kriegen einen Schlüssel oder so. Was ist das? Achso. Dankeschön. Ah, sehr schön. Oh, wir haben da hinten... Ähm. Das ist für das. Sehr schön. Mhm. Da war der Fuchs. Da blinkt was. Ein hölzernes Rohr. Was braucht man mit einem hölzernen Rohr? Rufhörsen. Ah. Wie steckt man das hinein? Ah, ich klicke da jetzt einfach sinnlos. So, okay. Ah, was liegt denn da? Ein Kerl oder so? Was ist das? Interesse habe ich alles... Ja, ich wüsste, was das ist. Steckt man das hinein? Das ist zum bohren oder so. Aber mit was kann ich das bohren jetzt? Das vielleicht? Na, warte mal. Genau. Und das muss ich draufheben, ne? Ähm. Ich brauche einen Hammer. Das können wir uns auch nehmen. Hm. 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 Ooh. Hm. 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 Ich trage dich das. Hm. 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 yea. Wus mal sondern überall noch mehr locker-hofter-法. Das geht jetzt viel an einem Hammer oder so. Was ist das? Ein Messer. Und ein Stift. Du hast geleistet. Jetzt haben wir den Stift. Oh, das ist der Hammer. das gefühl nützlich von kranschlüssel was ist das sechskantschraube wir müssen zum kram wie bin ich da hingekommen ein ventil kann ich etwas machen wir bräuchten ein ventil das muss ich auch merken wir müssen jetzt aber zum kram so der motor läuft nicht genau aber ich habe diesen schlüssel das blinkt da bringt was ich kann jetzt ich habe es gefunden jawohl jetzt haben wir folgendes wir haben jetzt ein ventil das heißt dreh dich gesehen wir müssen noch mal zurückgehen das verstehe ich mir auch nicht kann ich den korb drunter legen zur lokomotive das war nicht der blödsinn ja jetzt jetzt haben wir den korb jetzt haben wir kohle jetzt gehen wir zurück gehen wieder da durch gehen da rein blödsinn zurück das lehren wir jetzt rein ohne anzündholz funktioniert das nicht du hast doch sowas in der hand du brauchst ja nur so machen was haben wir da eine meißel wir müssen irgendwas meißeln das ist jetzt eine echt gute frage ja jetzt stehe ich auf der leitung ok blinkt nichts nochmal wenn das so blinkt weist darauf hin dass man da irgendwas machen kann ok wir müssen wieder den tipp erwenden jetzt wird es schon langsam schwierig jetzt komme ich schon nicht mehr weit aha wir hatten mal einen stab gefunden damit konnte man eigentlich auch irgendwie auch irgendwie sehr schön in den sechs kunst schlüssel wo waren der jetzt nochmal ich glaube der war da hier ok ok so das haben wir jetzt nein wir können immer noch nichts machen wir müssen es anzünden sehr schön ja ein anschluss ich muss das erste schlauch deckel zu und ich muss das und ich werde es nicht mehr die Anleitung angucken ok wir müssen sich der Tank ist fast leer ah ok jetzt können wir das machen ok 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 so einmal den Hebel und einmal den Hebel und einmal den Hebel nein blößen ach das wärst du von mir jetzt nein umgekehrt nein der muss doch unten und scheiße das ist nicht gut der muss doch unten jetzt dann muss er mit zwei Hebeln nach oben ach das was wir noch ah blödsinn das machen wir am besten ähm ja und dann ich meine sowas gibt es nicht in echt ja das ist halt eben ja wir müssen das jetzt nach oben das müssen wir tauschen ähm einer oben einer unten soll sind alle oben der muss doch unten sein nein ah nee umgekehrt das heißt dann so ach ich hasse das vor allem vor allem wenn drei Schalter genauso ähm ja nein das war richtig ich hasse das ah jetzt reiner Zufall was das muss ich jetzt dreimal machen das ist doch ein Witz ok Schalter ah Hebel 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 ja eine oben unten einmal oben unten oben oben auch nicht da ist sehr schön so viele Minuten haben wir rechte ein paar Minuten habe ich noch verbringen sie hier einen Familientag im Brave Boat nein möchte ich nicht dort verbringen wir könnten es jetzt einschlagen theoretisch also wir könnten es nicht abwischen bräuchten wir einen Schlüssel mal kann man da schönes mhm ein Warsch was ein Warschbritt und sauberes Wasser da gehört dieses Symbol hin ok da kann ich nichts nehmen kann ich das nehmen nein ok wir können das nicht nehmen die Ausprägung ist ähnlich geformt die Nägel ragen etwas hinaus ok ok ah sehr schön so ich habe einen Nagel gefunden ich habe einen Nagel gefunden ja genau mit einem zweiten Weg zu künftig das Schloss knacken natürlich Prozent 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 wir bräuchten noch so ein denn Ding 1 kann ich das nicht hinausziehen na blöd jetzt fehlt mir noch eins kann ich da ausnehmen na tja tja die stecke ich in der Kacke ich frage mal noch einen Tipp ich kann mir die Zeit um ihn guck mal was da oben ist ok oh mein Gott das war sehr gruselig ja wir müssen da in zwei Szenen hinein Entschuldigung oh mein Gott eine beruhigende Szene irgendwas anklickbar kann man irgendwas nehmen Illusionsschema das 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 wird zu dem hm hm haas ein Tier wird zu dem Mensch ergibt bom Tickets ach du brauchst ja keine Angst zu haben wir heben das jetzt es ist heiß das kann ich nicht nehmen ok es ist du ich dachte der Badminton kam für mich also ich habe schön wir haben das Milchen gefunden ich bin gut mein Freund hat mich rescuert als der Monster attack er sagte mir zu schlafen wenn ich jemanden sah und das zu schützen und das zu schützen ich erkenne diese alle Bilder bezeichnen zu Maple Creek und da ist der schweige Prächer den ich habe zu schützen wer von euch meine Sendung kennt ich habe Marble Creek gespielt müsst ihr irgendwo auf die Playlist gucken was ich habe da ist es dann drinnen Marble Creek ich bin auf der Suche nach mit vor allem einen Gruß ich glaube ich nicht dass ich das jetzt guten Tag ich weiß dass sie im Upper Creek waren als sich Vorfalleige ich weiß auch dass sie seit in den Vorfolgen aufgenommen haben wir sollten reden ich bin im Sitz bestimmte Informationen die für sie Interesse sein könnte bitte euch einen Gruß und Sie grüßen Gerald Weidemar oh scheinlimitzen danke dankeschön sorry Freund aber das ist mein Hamilton ist das dich? Ja, dein altes Freund von Maple Creek, der auch schützt den Preacher. Ich bin froh, dass du hier bist. Wittmarsh hat mir eine Anruhe. Immer nicht verraten die Leute, die dir sagen, etwas Interessantes. Ich habe ihn spying auf ihn, spying auf mich, für ein paar Jahre. Ich habe den Ort gewechselt, um den Ort zu verändern. Die Verzüge und Verzüge, in die Flüge und Sonne. Ich wusste, dass etwas falsch ist hier. Dann kam die Simpsons. Ich versuchte sie, aber ich konnte nicht, ohne Blöcke zu haben. Ich konnte sie fühlen, dass der Park sie wollte. Ich versuchte sie auf den Garten, aber die Eltern von Beccy waren bereits weg. Ich versuchte sie, dass die Verzüge auf die Verzüge ist. Jetzt sind wir hier. Ich konnte dich nicht aufwachen. Ihr Auto wurde verraten, und ich musste mich schnell denken. Ich schaute dich in den Bösen und habe Beccy hier gebracht. Ich wollte zurückkommen. Ja, kann ich. Ich bin Pro, ne? Ein alter Freund, Aufgabe ledigter Fremde. So, das holen. Ich weiß auch noch. Es ist mir natürlich sein, bei natürlichem Rettenheim, Verarzten. Und kriegt das die ganze Zeit. Jetzt haben wir zwei Münzen für den Opa im Gefängnis. Das ist schon mal gut. Ich muss ja so Schluss machen, sonst wird es wieder so lang werden. Ich sage danke, bis zu sehen und bis in uns dann auf Part 6. Bis dann.